Hier ist Streamalarm und heute erkläre ich euch ein bisschen was zum Thema Einkaufspassagen. Einkaufspassagen bestehen aus dem Kaufhaus, dem Einrichtungshaus und der Drogerie. Ihr könnt im Kaufhaus jeweils wählen, welches Produkt ihr möchtet. Hier in dem Fall stehen Toaster oder Staubsauger bei mir zur Verfügung. Diese haben verschiedene Effekte. Der Toaster, der bringt insgesamt eine Reduktion von 10% Schmuck und 15% Glühbirn. Dafür braucht ihr Glühfäden, Eisen und Zink. Die Bankierslampen im Einrichtungshaus könnt ihr auch im Katalog anschauen. Ich werde hier auswählen. Da stehen Bankierslampen, Paravents, Sekretäre oder sowas zur Verfügung. Im Einrichtungshaus braucht ihr für die Bankierslampen Glühbirnen, Eisen und Glas. Und sie reduzieren 15% Schmuck und 25% Glühbirnen im Einflussbereich. Ihr seht hier diesen Radius. Das ist der Reduktionsbereich. Und die Reichweite sind die grünen Straßen. Insoweit könnt ihr aufwerten. Das heißt, hier bei den Bankierslampen werden die Glühbirnen bis hier, wo ich gerade hinklicke, also zu diesem Haus reduziert. Und insgesamt könnt ihr Häuser bei den Investoren aufwerten bis hierhin. Das heißt, insgesamt ist der Wirkungsbereich für die Stufe zum Aufwerten größer als der Wirkungsbereich der Reduktion. Soviel erstmal zum Thema des Einrichtungshauses Bankierslampen. Dann schauen wir uns noch die Drogerie an. Da habe ich die Lippenstifte gewählt, denn die Lippenstifte sind das Mächtigste, was ihr haben könnt. Bei den Lippenstiften habt ihr eine Reduktion von 25% Autos im Einflussbereich und 5% Glühbirnen werden reduziert. Das ist ganz schön mächtig, weil ihr da natürlich eine ganze Menge an schweren Geschützen spart, die ihr in der Speicherstadt handeln könnt. Was natürlich dazu führt, dass ihr viel weniger Hochräder herstellen müsst. Dies kann man einfach so machen. Um das Ganze noch effektiver zu machen, stellt ihr vor, die Einkaufspassage noch eine Handelskammer. Sorry, es ist echt mega früh schon. Tut mir leid für ein paar Sprachfehler. Ich habe heute die ganze Nacht gestreamt. Wie ihr seht, sind es 2,5 Millionen mittlerweile. Ich baue auch die nächste Symmetrieinsel. Verzeiht es mir bitte, aber ich möchte natürlich ein bisschen Content heute für euch bringen und was zu den Einkaufspassagen erklären. In die Handelskammer packt ihr Belinda San Pedro, Leiterin von Consum, heute rein. Denn sie kostet euch zwar zuerst als Marlos 10% mehr Arbeitskraft und 10% mehr Brandgefahr habt ihr. Aber ihr braucht dann kein Kirschholz mehr, kein Holzfurnier mehr, kein Kokosöl mehr, kein Stahl mehr und kein Messing mehr. Für dessen könnt ihr einfach mit Holz, Talg und Eisen arbeiten. Das führt dazu, dass ihr dieses nervige Kirschholz, was ihr permanent auf Grown Falls und der alten Welt klippen müsst, weil es sonst mega viel Platz kostet, nicht mehr produzieren müsst für die Einkaufspassagen. Ihr müsst kein Holzfurnier herstellen. Ihr braucht auch kein Kokosöl herstellen. Stahl und Messing müsst ihr auch nicht importieren. Das spart eine ganze Menge an Schiffen und Routen, macht alles ganz viel einfacher. Ihr könnt dann hier auch gleichzeitig noch zwei weitere Einkaufs für die Einkaufspassagen reinpacken. Wenn ihr möchtet, das eine Item erhöht die Attraktivität. Wir können uns das mal kurz anschauen, wenn wir in die Einkaufspassagen gehen. Einmal hier zu den Einkaufspassagen. Alle Einkaufspassagen gibt ihr hier oben ein. Und dann seht ihr die drei Items, die es gibt. Die Blinde habe ich drin. Dann gibt es noch den Dekorateur. Der bringt plus 20% Arbeitskräfte und 50% Attraktivität. Davon rate ich sehr stark ab, weil Handwerker müsst ihr dann extra bauen, weil die Einkaufspassagen mit einer ganzen Menge Arbeitskräfte schon zur Buche schlagen. Insgesamt sind es bei den Einkaufspassagen, wenn wir das hier mal angucken, pro Gebäude 264. Wenn ihr nochmal 20% auf 250 drauf rechnet, ist das eine ganze Menge, die ihr da braucht. Und als letztes Item, was man überlegen kann, wenn man das so macht, wie ich das hier mit der Handelskammer gemacht habe, für die Einkaufspassagen, um die Rohstoffe zu sparen und insgesamt weniger Schiffe zu brauchen, die die Einkaufspassagen versorgen. Dann könnt ihr noch den Kundenbetreuer oder die Kundenbetreuerin mit reinnehmen. Die hat minus 10% Arbeitskräfte, minus 20% Krankheitsgefahr und plus 5% Attraktivität. Das ist ein ganz cooles Item. In der Regel ist es ganz sinnvoll, zu den Einkaufspassagen auch das Kraftwerk zu stellen, weil dann könnt ihr, wenn ihr ein Kraftwerk noch mit zu der Einkaufspassage stellt, wenn ihr das Ganze so organisiert, nämlich noch den führenden Elektroingenieur mit reinnehmen, anstatt dieses Item mit den 50% Attraktivität und den 20% Arbeitskräften, weil dann kriegt ihr noch zusätzliches Öl. Das müsstet ihr halt so planen, dass das Kraftwerk dann halt bei der Einkaufspassage steht, innerhalb des Einflussbereichs, auch der Handelskammer. Das macht es am einfachsten. Ich kann euch das einmal zeigen, wo ich das so gemacht habe. Und zwar auf dieser Insel hier habe ich das einmal so geplant. Da haben wir hier die Einkaufspassage stehen. Die sind hier und hier ist eine Handelskammer. Ich muss gerade mal gucken, wo sie steht. Wunderbar. Und an dieser Handelskammer kann man hier einfach mal den Feras rausnehmen und wählt den... Ups, Moment, das war es gerade nicht. Wo habe ich das denn gemacht? Muss man gerade überlegen. Ich glaube, hier oben habe ich es gemacht, oder? Wo ist denn das Kraftwerk hier mit dazu? Vorführerffekt, kennt ihr das? Genau, hier habe ich es gemacht. Hier ist der führende Elektroingenieur mit dabei. Das heißt, hier steht quasi einmal die ganze Einkaufspassage dazu, das Kraftwerk da. Und dann habe ich hier den Kundenbetreuerin drin und den Elektroingenieur. Auf dieser Insel habe ich noch keinen Blinder reingesetzt. Einfach aus dem Grund, weil ich sie noch nicht hierher geschifft habe. Aber hier kommt später auch eine Blinder rein, wie auf allen Inseln. Wenn ihr mehr wollt von Streamalarm, bleibt dran. Das war Einkaufspassagen leicht gemacht. Spart Rohstoffe. Bis bald.